Servus, alle Neuen begrüsse ich auch mal. SEO Meetup ist jeden Monat einmal. Nächstes Mal geht es um SEO, um Wakeup Call, um wie sich alles ändern wird und heute haben wir wirklich so ein grundlegendes Thema, was eigentlich aufgebaut auf das letzte Mal. Letztes Mal haben wir über Keyword Recherche geredet und eher so auf die Grundlagen geschaut und heute reden wir einfach über Content Marketing. Das sind wirklich so grundlegende Schritte, aber wie es heutzutage eigentlich keiner macht. Also es ist wirklich komplett basic, man muss sich jetzt nicht extrem gut auskennen oder so. Es ist einfach, wenn man die Schritte befolgt und sie auch nur simpel umsetzt, man kann das endlos komplex alles machen, dann kommt am Ende eine Seite, außer die zehnmal, wie jeder Konkurrent weiß, macht einfach keiner. Jede Seite ist eigentlich natürlich gewachsen, d.h. du kriegst meistens einen Morgs aus. Wieso ich jetzt da ein Bild vom Schloss Hohenzollern habe, ist, so stelle ich mir eine Website immer vor. Es ist wie ein Schloss. Das, was das Wichtigste ist, meine Landingpages, meine Money Keywords, sind in der Mitte, die sind am nächsten zu meiner Homepage dran und der Rest wird drum herum gebaut. Also je nachdem, was ich für andere Themen habe. Ich habe jetzt da einen Pferdestall und so weiter und ich mache alles wie Silos. Ich baue meine ganze Seite in Silos auf und auch die Inhalte baue ich in Silos auf, damit ich die maximale Relevanz regenerieren kann. Weil sonst habe ich das Problem, wie bei einer normalen Website, die was eine Startseite hat, auch über uns, drei Landingpages und so weiter, dass alles halt, es gibt immer noch eine Seite, aber es gibt nicht mehr zu jedem Thema. Ich kann also nie ausreichend Relevanz aufbauen und deswegen sind ja zum Beispiel große Brands zu stark, weil sie einfach zum gleichen Thema extrem viele Seiten haben. Also, wenn es jemand verkaufen muss Content Marketing, so wie ich, ich weiß die Gründe, wieso man Content Marketing machen muss. Zum einen, das große ist halt, um bei Google zu ranken, ist es wichtigste Autorität, oder? Und damit ich jetzt Autorität bei Google aufbaue, brauche ich zum einen Relevanz und zum anderen auch einfach ausreichend Content, damit ich ausreichend interessante Inhalte für meine Zielgruppe generieren kann. Und das Problem ist einfach, du hast eine Homepage, du hast eine Landingpage, jemand landet auf der Landingpage und ich habe jetzt nicht noch weitere Inhalte, dann habe ich immer einen Bounce, oder? Der kommt auf die Landingpage und dann wird er wahrscheinlich bouncen, wenn er jetzt nicht drumherum noch andere Inhalte hat und wenn ich nicht weiterführe auf der Website. Die meisten Websiten sind so gebaut. Also ich lande und dann erwartet sich derjenige schon, dass es irgendeine Handlung gibt, oder? Und meistens läuft es aber nicht so. Leute brauchen Zeit, Leute wollen irgendwo landen und das ist auch was ich meine mit Autorität bei der Zielgruppe. Leute wollen die im Internet kennenlernen. Es liegt natürlich an meiner Dienstleistung, wenn ich etwas um 20 Euro verkaufe, dann muss er mich nicht so sehr kennenlernen, als wenn ich etwas um 10.000 Euro kaufe. Dementsprechend sollte ich dann auch mein Content-Marketing natürlich anpassen. Was ein großer Faktor ist und was generell der Umschwung im ganzen Marketingbereich ist, ist Inbound-Marketing. Ich glaube, die meisten wissen, was Inbound und Outbound ist. Weiß irgendjemand nicht? Passt. Also es geht darum bei einer Website auch, dass ich Fragen beantworte, ohne dass ich jetzt direkt nur verkaufen will. Das heißt, ich habe irgendein bestimmtes Produkt und da gibt es ja sicher irgendwelche Ängste drumherum oder irgendwelche Probleme drumherum. Und ich will zuerst informieren, sodass die gewissermaßen meine Brand kennenlernen. Und dann zuerst habe ich einfach irgendeinen Beitrag, irgendeinen Guide, wie sie so und so machen. Und dann leite ich ganz langsam zu meinem Produkt über, ohne dass sie das Gefühl haben, so wie es bei Display-Werbung ist und so weiter. Und die Werbung, die jeder hat, wie zum Beispiel YouTube-Werbung, wo du 5.000 Mal die Netflix-Werbung siehst, wo es da halt reingepresst wird. Das geht natürlich bei Massensachen wie Netflix, ist das die richtige Lösung. Aber wenn ich ein Garnischen-Produkt habe, dann wird das für mich nicht funktionieren. Das heißt, ich muss langsam an das Ganze heranführen, die Leute müssen mich kennenlernen und dann soll es möglichst ungezwungen sich alles anfühlen. Dann logischerweise Brand-Awareness. Wenn ich Leuten weiterhilfe, ohne dass ich ihnen direkt etwas verkaufen will, werde ich natürlich gewissermaßen eine Beziehung aufbauen. Und das führt zu Brand-Searches. Und Brand-Searches, das heißt, jemand sucht nach, jetzt zum Beispiel in meinem Fall nach Evergreen Media. Wieso ist das gut? Weil es einfach ein Ranking-Faktor für Google ist, oder? Wenn meine Marke gesucht wird, dann mache ich offensichtlich etwas richtig. Das heißt, das ist jetzt nicht direkt, dass es mit einem Keyword verbunden ist, sondern es ist damit verbunden einfach mit meiner grundlegenden Autorität. Autorität kann ich aufbauen über Links, aber natürlich auch über Nutzerverhalten. Und Brand-Searches sind jetzt typischerweise auch Nutzerverhalten. Dann eine Audience aufbauen, das ist eh das Klassische. Das, was jeder Kunde mir als erst fragt, wir brauchen einen Blog, bla bla bla. Ich bin jetzt, haben wir das letzte Mal schon geredet, ich bin nicht so überzeugt, dass man die Content vor einem Blog braucht. Man kann es auch anders machen. Aber es geht trotzdem darum, dass ich in den meisten Nächsten etwas regelmäßig mache. Das beste Beispiel ist eh, wie Blogs mich zum Beispiel binden, ist einfach, dass sie aktuelle News aus der SEO-Branche präsentieren, irgendwelche umfangreichen Guides präsentieren und so weiter. Und die binden mich natürlich mit der Zeit. Ich schaue immer wieder, ist irgendwas Neues dabei, ist vielleicht ein Newsletter, wo ich mich anmelden kann und so weiter und so weiter. Das ist alles Beziehung aufbauen, Beziehung aufbauen etc. Und das ist nicht getrennt von SEO, sondern das ist ein großer Faktor, also ein extrem wichtiger Faktor für SEO, weil je länger die Leute auf meiner Website sind, je besser ich ranken werde. Weil Nutzerverhalten ist natürlich super leicht, jetzt mittlerweile zu messen, einfach und wird halt mittlerweile durch RankBrain, das ist das maschinelle Learning von Google, wird das extrem in den Algorithmus mit eingebunden. Dann, ja, geniale Inhalte haben wir eh schon geredet, höhere Time on Page, höhere Time on Page oder wenig, weniger, dass ich das habe. Das Schlechteste, was ich als Webseitenbesitzer haben kann, ist ein Short-Click. Short-Click heißt, ich ranke auf Platz 3 für mein Keyword. Jemand kommt auf meine Seite und er schaut sich das an und denkt sich, was ist das wirklich für ein Scheissdreck und drückt sofort wieder zurück. Dann ist das natürlich jedes Mal negativ. Natürlich, wenn es einmal passiert, ist es kein Problem. Aber wenn es regelmäßig passiert, ist es natürlich für Google ein Zeichen, hey, vielleicht sollte er nicht auf Platz 3 ranken, sondern vielleicht sollte er auf Platz 7 ranken, weil im Vergleich zu den anderen hatte er viele Short-Clicks und so weiter. Und natürlich, was für mich persönlich am wichtigsten ist und wieso ich Content-Marketing mache, ist mehr Links. Es gibt nichts Leichtes, wie über Content Links zu generieren. Sei es, dass ich auf meiner Seite irgendeinen umfangreichen Guide zu meinem Thema publiziere und dann Webmaster anschreibe und sage, hey, ich habe gesehen, du hast über das und das geschrieben, ich habe da ein gänzendes Thema geschrieben und könnte man da irgendeine Kooperation machen, könnte man da, dass es mir verlinkt oder so weiter. Oder, dass ich Inhalte produziere und die anderen anbiete. Das ist eine andere große Möglichkeit. Also, dass ich Influencer, Blogger in meiner Nische anschreibe und ich sage, hey, ich habe gesehen, das ist euer Thema und ich bin ein Experte in dem Thema und ich habe da einen einzigartigen Input für euch und publiziere das. Und meistens funktioniert das sogar kostenlos, weil ich gebe ja einen Mehrwert. Jetzt, außer du bist im SEO-Bereich, wissen die Webmaster nicht, was du da in Wirklichkeit treibst. Das heißt, du bist ein bisschen under the radar. Bei SEO ist natürlich jeder weiß, dass du den Link willst. Das heißt, du musst ein bisschen besser verkaufen und ein bisschen mehr Beziehung aufbauen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steuerberaterkunden habe, ist es nichts leichter, als einen Wirtschafts-Blog anzuschreiben und zu sagen, hey, wir sind Experten im Bereich Start-ups und so weiter. Ich weiß genau, wie das mit Funding läuft. Boom, habe ich schon einen Gastbeitrag. Ich bin ein Mini-Steuerberater mit drei Mitarbeitern und kriege irgendwie von der Wirtschafts-Woche einen Link. Das ist das leichteste auf der Welt. Wichtig, SEO ohne Content-Marketing funktioniert auf jeden Fall auch, aber halt nicht langfristig. Außerdem kämpfe ich, ich mache halt alles gegen den Strom, oder? Also wenn ich Content-Marketing mache, bin ich halt für die Zukunft gewappnet und alles geht leichter, weil ich einfach die richtigen Nutzerdaten kriege. Wenn ich SEO gezwungenermaßen mache, also ich kaufe mir halt Links, ich schaue halt alle Tricks, dass ich Links kriege, das rankt auch, aber eben nicht besonders lang. Dann natürlich das Zweite zum Verkaufen von Content-Marketing ist die Messbarkeit, ist auch relativ trivial. Sogar wenn ich keine Suchmaschinen-Optimierung mache, das heißt, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie von Suchmaschinen-Optimierung gehört, ich mache nur Content-Marketing, ist es relativ leicht, ich habe eine statische Website und fange an Content-Marketing zu machen auf der Website und auch abseits der Website kann ich natürlich mehr Besucher messen, ich kann messen bessere oder mehr Rankings, einfach, dass ich für mehr unterschiedliche Keywords ranke. Ich kann mir anschauen, ich habe jetzt am Anfang, was weiß ich, die klassische Firmenseite hat, zehn Unterseiten. Das heißt, die Zeit, dass jemand auf meiner Website verbringt, wird nicht besonders hoch sein, weil ich stelle meine Leistung vor, eher aber über uns, da müssen die Leute schon extrem interessiert sein, wenn sie das überhaupt jemals lesen und ich habe vielleicht einen Blog, wo ich reinschreibe, dass der Geschäftsführer 50 geworden ist oder so, also Zeug, was niemanden interessiert. Mit Content-Marketing ist es kinderleicht, sich gegen solche Leute durchzusetzen, weil ich einfach… Schaut es sich an, also in der jeweiligen Nische, wo man jetzt darüber nachdenkt, es ist eigentlich so leicht, außer ich bin jetzt irgendetwas, wo die Leute voll sophisticated sind, wie Social Media oder eben SEO. Logisch ist es da schwierig, da musst du wirklich geheimes Wissen haben, dass du irgendwo publiziert wirst, aber sonst easy peasy. Und natürlich, ich muss jetzt natürlich gegen Social Media reden, weil das ist mein natürlicher Erdfeind. Mehr Shares ist natürlich schon auch ein guter Faktor, um einzuschätzen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ist aber relativ, weil ich kann natürlich Katzen-Videos publizieren, die kriegen viele Shares, aber sind jetzt vielleicht nicht super relevant für meine Brand, außer ich verkaufe eigentlich Tierfutter-Sachen oder Tier-Spielzeug und so weiter. Das heißt, das muss halt immer logischerweise in Kombination mit meinen Zielen sein. Das heißt, wenn ich mehr Shares zum Messen nehme, dann muss das schon extrem gut drauf passen. Das heißt, ich publiziere ein Case Study im Suchmaschinenoptimierungsbereich, wie ich irgendeine große Firma gerankt habe und ich kriege da viele Shares, dann heißt es irgendwas. Versus ich schreibe irgendwas über WordPress, einfach allgemein irgendwas Generisches, kriege da viele Shares. Bringt mir das wirklich so viel. Ich kriege auch Exposure, aber Exposure nur ist eher wertlos. Haben wir das letzte Mal geredet, nur kurz zum Auffrischen, dass das die Grundlage für das ist, was wir heute reden. Keyword-Recherche, ich kenne meine Nische, ich weiß die Geheimnisse von meiner Zielgruppe, ich weiß ihre Probleme, ich kenne ihre Ängste, ich weiß, was ihr Aber ist, wenn sie mein Produkt sehen, weil ich einfach die Keyword-Recherche gemacht habe. Ich habe mir angeschaut, was die sich bei YouTube für Videos anschauen, etc., etc., ich weiß, wie sie sich ausdrücken und so weiter. Das ist meine Grundlage, vorher mache ich kein Content-Marketing, weil dann ist das alles in meinem Kopf, dann denke ich mir, boah, das wäre echt interessant, aber es ist halt interessant für mich, vielleicht nicht für andere. Was dabei natürlich eine grosse Geschichte ist, das haben wir das letzte Mal geredet, könnt ihr euch eh beim Meetup auf der Website anschauen, Keyword-Kategorisierung. Ich habe es nach verschiedenen Sachen kategorisiert, also zum Beispiel nachdem, wo die Leute im Marketing-Funnel sind, sind sie jetzt gerade auf der Entdeckungsreise, sind sie dabei, mich kennenzulernen, sind sie dabei, wirklich zu konvertieren oder sind sie sogar schon, sie haben schon bei mir gekauft und jetzt ist eher das Ziel, dass sie mein Produkt noch besser verwenden können und dass sie vielleicht nochmal was bei mir kaufen. Extrem wichtig, dass man das vorher kategorisiert, plus ich kann es kategorisieren nach, was mein Zweck vom Content ist. Ich habe logischerweise Landingpages, auf die was Leute landen sollen und dann kaufen sollen. Ich habe ein Glossar, wo ich einfach informieren will. Ich habe Fragen, die was ich beantworten muss. Ich habe Ratgeber, die was ihnen sagen, gewisse Probleme lösen. Und dann habe ich natürlich zum Beispiel Ratgeber, die ihnen zeigen, wie sie mein Produkt richtig verwenden. Und danach kategorisiere ich nach der Suchintention vom jeweiligen Keyword, was ich getestet habe mit AdWords. Kategorisiere ich alles und dann überlege ich mir die Themen, wo ich Content generiere. Vorher, das ist so wie Startups Content Marketing machen. Kurz über Startups herzeichen. Startups machen es nämlich so, sie haben ein unglaublich einzigartiges Produkt und es ist nichts leichter, wie mit sowas voll viel Exposure zu generieren. Weil die ganzen Startup Seiten nehmen die, der Standard nimmt die, weil die Startups extrem geil finden. Jeder nimmt die, aber du hast einfach keinen Plan. Du machst einfach irgendwas und du hast all die unglaublichen SEO-Bauer, aber du weißt nicht, was du damit machst. Du schüttest es einfach weg. Es ist einfach... Du hast die Seite, deine Startups Seiten, die was 10 Unterseiten hat und du kriegst Links, dass ich mir denke, so mit denen könnte ich Zalando auch ranken. Aber du machst nichts damit, weil du nicht weißt, was du da überhaupt hast. Was meine ich mit Content, ist auch eine häufige Frage, weil ich meine jetzt nicht unbedingt Texte. Natürlich will ich im SEO-Bereich immer Texte generieren, weil logischerweise Suchmaschinen gerne Texte analysieren und da dementsprechend die Relevanz einstufen und so weiter. Das heißt, natürlich mehr Content rankt immer besser, aber ich muss natürlich auch schauen, im Verhältnis zu meinen Nutzerdaten, weil wenn ich jetzt einen 5000-Wörter-Artikel schreibe und das ist für jemand, der was ein Celebrity zeigt, der kann wahrscheinlich kaum die Überschriften verstehen, auf dem Level, wo er ist. Das heißt, einen 5000-Wörter-Artikel würde mir nichts bringen. Da wäre ich mit 100 Wörtern, ist eh schon zu viel. Da sind eher Bilder wichtig. Bilder, die was auch Content sein. Oder ich mache Videos. Es ist extrem wichtig, dass man es immer passend zu seiner eigenen Zielgruppe macht. Weil zum Beispiel in Sachen mit Medien funktionieren Infografiken volle gut. Bei Sachen, wo Leute jetzt nicht besonders schlau sind oder was eher visuell ist, funktionieren Bilder extrem gut. Wo Leute eher faul sind, funktionieren Videos eher gut. Videos funktionieren immer gut. Also, seien wir ehrlich. Ich gebe es auch zu. Und ja, das ist eben, was ich am Anfang auch eh schon gesagt habe, es ist super leicht, sich von einer Konkurrenz zu differenzieren. Schaut es euch die meisten Websites an, wie liebevoll, wie viel Zeit wird da wirklich investiert. Also, in dem Artikel, wenn sie ein Bild drin haben, dann ist es schon ein wahnsinniger Aufwand gewesen. Aber jetzt, wenn du siehst, du hast dazu ein Inhaltsverzeichnis und du hast noch irgendwas Interaktives dazu. Du hast wichtige Passagen cool formatiert. Du hast alles farblich hervorgehoben und so weiter. Natürlich kann man es übertreiben. Aber die Gefahr, dass man es übertreibt, ist weniger groß, als wir, dass man einfach eine Textwand publiziert, ein Titelbild dazuschmeißt und einfach wie alle anderen ist. Und das, was das Content ausmacht, ist, dass es mit Liebe gestaltet ist und dass es durchdacht ist. Bevor wir, wir haben jetzt unsere Keywatch-Recherche gemacht, wir wissen alles über unsere Zielgruppe. Jetzt sollte ich natürlich eine Content-Strategie definieren und nicht einfach irgendwas machen, sondern ich definiere mal klare Ziele, was ich mit dem erreichen will. Sei es Besucher, sei es Time on Page, sei es irgendwelche Tasks, was sie erfüllen müssen, Newsletter-Anmeldung, irgendwelche Zwischenschritte. Ganz wichtig, Content-Marketing ist nicht immer, Content-Marketing muss nicht unbedingt direkt Conversion-gebunden sein. Es kann auch sein, dass ich Content-Marketing mache, um eine Audience aufzubauen und dann erst zu Conversion führen. Das heißt, mein Ziel muss nicht immer sein, ich verkaufe so viel, zeige, wie es irgendwie geht, sondern es können auch Zwischenschritte sein, Mini-Schritte. Der soll meine Inhalte teilen oder je mehr Mini-Ziele man sich setzt, je besser man sieht, an welchem Punkt das nicht funktioniert hat. Voll wichtig. Wie können diese Ziele gemessen werden, sei es, du verwendest Google Analytics oder Bivik, du überlegst dir, wie du diese Sachen, die du definiert hast, wie du die messen kannst. Sei es ein Klick auf einen bestimmten Button, irgendeine bestimmte Response, ein Share bei Facebook, etc. Es gibt für alles einen Trick, wie du es messen kannst, kannst du sogar Telefonanrufe, kannst du messen, kein Problem. Kannst du auch verknüpfen mit, dass du sogar weißt, was es über AdWords kommen kann, was es über Google Analytics kommen kann, etc. Zielgruppendefinition, das leitet sich alles ab aus dem, was du hoffentlich schon in deinem Marketing gemacht hast. Du hast dir überlegt, wer deine Zielgruppe ist und das führst du zusammen mit deinen Keywords, weil du wirst wahrscheinlich unterschiedliche Zielgruppen haben. Du wirst ja nicht eine homogene Masse von, die sind alle 45 Jahre alt und wohnen noch daheim und das wird nicht die Zielgruppe super homogen sein, sondern du überlegst dir, die Leute, die das Keyword suchen, das sind wahrscheinlich so und so und so und so und so und so und ich teile das alles auf und überlege mir, was für ein Content funktioniert für diese Leute. Also sei es, ist Videos das Richtige für dich, ist Bloggen das Richtige für sie, ist ein Ratgeber das Richtige für sie, was für Probleme haben die, etc. Dann, was die meisten Firmen auch nicht haben, außer sie sind jetzt riesig, ist Brand Guidelines. Das heißt, dass die Message, die ich nach außen präsentiere, sei es auf meiner Website oder abseits meiner Website, dass die einheitlich ist. Über das haben sich, ich weiß meistens nicht, wieso es Marketingabteilungen gibt, weil das ist ja wohl die Aufgabe von einer Marketingabteilung, dass ich mir überlege, welches Image wollen wir präsentieren, das heißt, mein Ton ist so und so, wenn das und das passiert, dann reagiere ich so und so. Also zum Beispiel, ich schreibe einen Gastbeitrag und ich kriege jetzt echt negative Kommentare, wie reagiere ich darauf? Das sollte man sich vorher überlegen, nicht wenn es dann passiert ist und dann irgendjemand einfach spontan zurückschreibt, du hast ja keine Ahnung, bla, bla, bla. Ja, natürlich, je nach Zielgruppe, werde ich wahrscheinlich die Leute unterschiedlich ansprechen. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was andere unterschiedliche Altersgruppen anspricht, dann werde ich unterschiedlichen Stils. Weil wenn ich Leute, die 18 Seiten mit sie anrede, dann gibt es schon einen massiven Disconnect. Das heißt, dann wird der Time on Page allein schon durch das niedriger, das heißt, meine Rankings werden schlechter, der Content wird nicht akzeptiert, ich kriege keine Shares und alles geht in den Bach runter. Das heißt, alles vorher überlegen. Wir haben jetzt noch keinen Content geschrieben übrigens. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Was hat mit sie anwählt? Also geht das nicht? Genau, das habe ich, weil wir machen viele Affiliate-Projekte. Also so, was ich jetzt zum Beispiel in Zahnauffällungsnischen, das sind extrem viele junge Leute. Und wenn du da mit sie ansprichst, dann geht automatisch zum Beispiel dein Bounce-Rate drauf und Leute sind kürzer auf deiner Seite, als wenn du sie direkt ansprichst. Weil es einfach ungewohnt ist. Wenn sie anwählt, dann würde ich immer mit sie. Also je professioneller es ist, desto eher würde ich auf sie gehen. Und es liegt immer daran, wie persönlich das Problem ist. Also, weil es ist komisch, wenn es ein persönliches Problem ist, wenn du jemanden mit sie anredest. Also wenn es irgendein Firmenproblem ist, wo wahrscheinlich in der Firma selber reden, die sich, da müssen sie sogar den Kollegen, mit denen sie 15 Jahre zusammenarbeiten, den müssen sie immer noch mit sie anreden. Nachher ist natürlich ein Disconnect, wenn ich sie dann mit du anrede. Aber wenn es jetzt irgendein privates Problem ist, würde ich immer mit du die Schiene fahren. Also, ich sage das jetzt so, aber man muss immer testen. Ich bin der Meinung, du musst alles testen. Immer, immer, immer. Und Content ist so schnell. Du musst immer denken, die Inhalte, die du zum Beispiel schreibst, du schreibst die einmal. Also, normalerweise schreibst du sie einmal. Das heißt, die bleiben da eh. Das ist eh ein Wert, der nicht verlangen geht. Das heißt, du kannst ruhig testen, ob du es einmal so schreibst und einmal so. Und dann einfach schaust du, was besser funktioniert bei dir. Boom. Deswegen habe ich jetzt eben gesagt, dass wegen einmal schreiben. Content Audits haben die meisten auch noch nie gemacht. Wenn wir jetzt mal auf der Website, und die Website ist euer Alt, und sogar wir machen das bei unserer Website. Wir schauen uns alles, was wir bisher geschrieben haben, an. Science Learning Pages und so weiter. Was hat sich geändert in der Nische? Wie hat sich unsere Zielgruppe vielleicht geändert? Wie zum Beispiel bei uns jetzt. Wir haben angefangen mit kleinere Kunden, und arbeiten uns jetzt zu grössten Kunden hin. Das heißt, meine Ansprache, und das, was die Leute anspricht, das ändert sich ja extremst. Ob du ein Drei-Mann-Betrieb bist und SEO willst, ist ein Unterschied. Ob du 100 Millionen Umsatz im Jahr machst, macht einen Unterschied. Das heißt, einmal im Jahr mindestens Content Audit, wo ich wirklich alles kategorisiere nach Thema, Länge und so weiter. Was ist da der Stil, was ich verwendet habe? Wie ist die Relevanz noch zur Zielgruppe? Weil zum Beispiel, wir haben Inhalte, jetzt im Moment ist mir das aufgefallen, wir haben Inhalte auf unserer Website, die einfach, die passen immer zu den Kunden, was wir wollen. Irgendwelche WordPress-Sachen, da wo man zwar tonnenweise von kleinen Unternehmen Anfragen dazu kriegt, aber die wollen mir nicht mehr. Das heißt, was werde ich beim Content Audit machen? Das werde ich alles killen, alles streichen. Und ich werde neue Inhalte produzieren, ich werde Inhalte umschreiben, ich werde Inhalte aktualisieren müssen. Weil in meiner Branche ist ein Text nach einem Monat schon veraltet. Natürlich kann ich es nicht jedes Mal umschreiben, aber ich schreibe wenigstens ein Datum dazu, damit die Leute, die das lesen, wissen, dass es dann und dann geschrieben wurde. Ganz wichtig ist die Einstufung eben, ob das eben, ist das gerade aktuell? Ist das evergreen? Das heißt, ich werde es wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr verändern müssen. Oder muss aktualisiert werden? Eben voll wichtig. Und was hat funktioniert? Weil beim Audit schaue ich mir natürlich auch die Analytics-Daten dazu an. Weil ich habe ein Jahr lang Analytics-Daten zu dem. Das heißt, ich schaue mir an, haben jetzt Videos gut funktioniert oder die Videos hat eigentlich, die haben keinen interessiert, ist dann nicht einmal die Time & Page drauf gehalten. Oder hat es einen Unterschied gemacht, ob ich den Blogpost einfach so publiziert habe oder dass ich Bilder und irgendwelche Memes eingefügt habe oder animierte GIFs und so weiter. Sollte man sich alles anschauen, weil da lernt man daraus, das sind echte Daten, die man gesammelt hat, die, was man einfach nutzen sollte. Content Audit, extrem wichtig. Ich hasse das schlimmste Arbeit auf der Welt, weil du schaust dir deine eigenen Texte an und liegst deine eigenen Texte und musst dir zu jedem wirklich Gedanken machen. Und das Schlimme ist dann, wenn du draufkommst, du musst ein Neues schreiben oder umschreiben lassen. Das heißt, die Arbeit, deswegen ist es auch nicht unbedingt richtig, eine Seite aufzublähen, weil irgendwann wird der Content Audit so riesig, dass es nicht mehr Sinn macht. Weil ich habe lieber aus SEO-Sicht 50 exzellente Seiten, als wir 500 mittelmäßige Seiten. Ist eh logisch, weil logischerweise 500 mittelmäßige Seiten werden weniger gutes Nutzer-Feedback bringen, als wir 50 gute Seiten. Das heißt, ich will eigentlich immer alles zusammenstauchen und ich will bei einem Content Audit immer eigentlich weniger Seiten kriegen, als wir mehr. Voll wichtig. Das ist die, die, die das letzte Mal da waren, kennen das schon, eben die Content nach Ebenen im Marketing-Funnel. Das heißt, einfach jetzt, ich habe alles Begriffe verwendet, die jeder kennt, nur damit wir alle verstehen, von was ich rede, wenn ich jetzt über die Ebenen rede, eben Discovery. Das heißt, er ist auf der Suche, oder er weiß nicht mal wirklich auf der Suche, um ein Problem zu lösen. Das heißt, er kann sogar noch gar nicht wissen, dass es das Produkt gibt, um sein Problem zu lösen. Da sind interessant irgendwelche Blogartikel, irgendwelche Ratgeber, irgendwelche Ratgeber-Videos, oder irgendwelche interaktive Geschichten, wo ich jemanden heranführe. mit interaktiver Geschichte meine ich. Ich habe irgendwelche Seiten, wo ich so endlos Scrolling habe, und jedes Mal plattelt es irgendwas Neues auf, und das ist wie eine Geschichte, liest sich das. Also, Bernd hatte dieses Problem, bla bla bla, und dann hat er das kennengelernt, und dann hat er das ausprobiert, und so weiter. Funktioniert extrem gut, extrem aufwendig, aber wenn das mein Produkt ist, wieso nicht, dann investiere ich halt auch mal, die 10.000 Euro in einen Designer, der sich das Ganze durchdenkt, und so weiter. Consideration, es heißt, er will eine Lösung für sein Problem, und er überlegt sich schon, mein Produkt zu kaufen, und jetzt will ich ihm natürlich zeigen, wie cool mein Produkt ist. Das heißt, ich zeige ihm, wie man sein Problem mit meinem Produkt löst, oder in unserem Fall ein Case-Study, wie ich einen anderen Kunden gerankt habe, wie lange hat das dauert, was für Probleme haben wir gehabt, damit er wirklich sieht, der hat Ahnung, von was er redet. Weil sonst beim SEO-Bereich, klassischem SEO-Bereich, ich kann zwar sagen, dass ich voll gute Rankings erzahlen kann, aber er weiß es nicht. Weißt du, wenn ich Case-Studys habe, mit echten Graphen und so weiter, dann kann ich es immer noch fälschen, aber es ist so aufwendig, dass ich es wahrscheinlich nicht machen werde. Conversion, das nenne ich Content, weil es Content ist, Bewertungen, Testimonials, Video-Testimonials, funktionieren unglaublich gut. Und dann Retention, das heißt, er hat gekauft, und jetzt will ich ihm Sachen drumherum noch zeigen. Das heißt, sagen wir mal, er hat sich bei mir einen Cashmere-Bullover gekauft, und jetzt zeige ich ihm, wie er sein Cashmere-Bullover pflegt, weil er darf ihn jetzt oft waschen und er muss ihn aufringen. Passt. Und ich zeige halt Insider-Tipps zum Produkt selber. Das heißt, irgendwelche Tricks mit, ich verkaufe ihm ein SEO-Tool, und nachher hat er das SEO-Tool gekauft, und jetzt zeige ich ihm, wie er es richtig verwendet. Weil vorher ist er halt ein Newbie, er hat ihn aber als Tool verwendet, und jetzt ist er aber an dem Punkt, wo er ihm genau zeigen kann, wie es alles funktioniert, und wie das läuft, und wie schnell Daten sammeln kann, etc. Und natürlich FAQs, aber das ist klassisch, das ist das, was Unternehmen nicht falsch machen, weil das eh trivial ist. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Passt? Okay. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, welchen Content wir produzieren werden, in welcher Phase wir wie jemanden ansprechen. Jetzt müssen wir uns überlegen, was für Formen präsentieren wir das. Wir denken jetzt im Moment einfach in der ganzen Textform, weil es das häufigste ist, die Videos sind das Gleiche, Bilder sind ein bisschen anders, weil Bilder sind halt auch doch beschränktes Medium. Bin ich jetzt so begeistert, aber also, am Blog, weil ich höre ja am öftersten, der Kunde, wir machen jetzt SEO, wir brauchen unbedingt einen Blog, ist nicht unbedingt so. Einen Blog verwende ich, wenn ich irgendetwas habe, wo jetzt regelmäßig was Frisches ist, wo jetzt, wie in der SEO-Branche, gibt es eh jede zwei Wochen irgendwas Crazies, zum Beispiel Penguin Update, das heißt, oder Trend-Keywords. Das heißt, wenn ich eine Nische habe, wo es Trends gibt, dann habe ich auch einen Blog. Ich habe nicht einen Blog, um einen Geschäftsführer zu feiern. Zum Beispiel, weil er vom Land Tirol die Ehrenmedaille bekommen hat, oder den Schlüssel zur Stadt Innsbruck kriege ich gerade. Wenn ich solche Inhalte produziere, nachher bin ich am falschen Ort einfach. Nachher brauche ich keine Homepage, sondern eine Therapie. Dann Case Studies, ist meine Lieblings-Content-Form. In jeder Nische gibt es die Erfahrungen-Keywords. Das heißt, Erfahrungen mit dem und dem SEO-Tool, oder Erfahrungen mit dem und dem Küchengerät, oder und so weiter. Das heißt, da mache ich einfach Case Studies. Natürlich, wenn etwas zu simpel ist, kann ich kein Case Study, also wie ich das verwende, und so weiter. Ich werde jetzt nicht für einen Küchenfreund und eine Case Study dazu machen. Aber sobald irgendwas komplizierter ist, mache ich eine Case Study dazu. Wenn es ein Küchengerät ist, wie ich das und das damit koche. Oder wenn es ein SEO-Tool ist, wie ich das und das analysiere. Damit die Leute genau sehen, also es fühlt sich an, als ob sie das verwenden, als ob sie es in die Hände hatten, was sie erzeugen will, weil dann bauen sie eine Beziehung auf, nicht nur mit meiner Marke, sondern auch schon mit meinem Produkt. Boom, habe ich sie. Landingpages sind typischerweise für meine Money-Keywords. Das heißt, für Zalando ein Money-Landing-Page-Keyword ist zum Beispiel Kaschmir-Pullover. Das heißt, da werde ich sofort Produkte zeigen, Text minimal halten oder wie es Zalando macht, einen Text ganz nach unten zu verbannen oder wie sie es jetzt seit Neuestem machen, in die Seitenleiste, in einem hellen Grau, damit es vor allem richtig raussticht. Aber ein bisschen Text ist halt nötig. Ratgeber eben für Discovery und Retention-Keywords. Mit Discovery-Keywords meine ich, jemand ist in einer extrem frühen Phase. Das heißt, bei mir zum Beispiel mehr Besucher für meine Website ist klassisch ein Discovery-Keyword für SEO, weil er weiß noch nicht einmal, dass es SEO gibt. Solche Leute gibt es nämlich immer noch. Und das Gleiche für Retention-Keywords, oder? Also, wie kann ich meinen Cashmere-Pullover so pflegen, dass er möglichst lang hält? Und dann, was die meisten jetzt nicht unbedingt brauchen, aber jetzt, es gibt immer Sonderfälle. Glossar für generische Keywords zum Aufbau von Autorität. Klassisches Beispiel bei unserer Website, Evergreen Media, wir haben ein Glossar für Keywords, die jetzt nicht super relevant sind, jetzt für Conversion-technisch, aber ich will einfach gewissermaßen den Platz in die Suchmaschinen einnehmen. Das heißt, zum Beispiel habe ich eine Seite, die was Titletag erklärt, was ein Titletag ist. Wird jemand, der was Titletag sucht, mein SEO-Kunde werden? Wahrscheinlich nicht, aber ich will auch nicht, dass jemand anderer rankt und deswegen will ich da natürlich dabei sein. Das heißt, weil es kann auch sein, er macht selber sein SEO und informiert sich über SEO und wie macht man diese Geschichte mit einer Meta-Description. Bam, kommt er bei uns ins Glossar rein, lernt uns kennen und vielleicht fünf Jahre später Convertitor, weil er hat sich jetzt ein Unternehmen aufgebaut, der will das nicht mehr selber machen. Bam. Immer machen, weil du einfach, das ist ja auch der Titel von dem Ganzen, du willst deine Nische flächendeckend aus ranken. Du willst nicht für das bestimmte Keyword ranken, sondern du willst der größte Fisch werden. Weil irgendwann, Google geht immer mehr dorthin, dass die Brand, die größten Brands ranken. Es muss nicht sein, dass ich die reichste Brand bin, aber dass ich der bin, einfach der, was online einfach der größte Fisch im Teich bin. Und in den meisten kleinen Nischen oder in den meisten mittleren Nischen, wir haben jetzt gerade edelste Wollsorten, Kaschmir und Vicunya und so weiter. Man würde nie meinen, dass man ranken kann. Man kann es trotzdem ranken, weil es die anderen alle falsch machen. Zalando zum Beispiel. Das heißt, jetzt können wir uns langsam überlegen, wir wissen alles jetzt und jetzt müssen wir uns überlegen, wie verkaufen wir das Ganze, was sind gute Ideen für Content. Natürlich, manche Sachen sind trivial, das heißt, meine Leistungen, meine Money-Keywords, ich hoffe, dass man weiß, was man dazu schreiben sollte. Da muss ich mir nicht mehr Ideen überlegen, aber ich werde mir zumindest überlegen, was will derjenige hören. Das heißt, ich weiß, wer das ist, ich weiß, was meine Zielgruppe ist. Das heißt, das Wichtigste werde ich oben präsentieren und immer weniger wichtig. Nicht klassisch, wie du einen Aufsatz schreibst, das heißt, du hast eine Einleitung, einen Mittelteil und Schluss, sondern das, was am wichtigsten ist, das, was die Entscheidung am meisten beeinflusst, kommt als erstes. Das ist auch, wie Google denkt. Du denkst nicht so, ah, in der Schule habe ich aber gelernt, dass ich das so und so strukturieren sollte. Nein, das Wichtigste kommt oben. Das heißt, bei uns, das heißt, was ist die Leistung und was sind unsere Alleinstellungsmerkmale. Dann erkläre ich detaillierter, was wir machen. Dann erkläre ich grundsätzlich, wie das SEO-Spiel alles abläuft, was man sich erwarten kann. Dann, oder ich kann auch anfangen, wenn das besser funktioniert, mit ich verlinke meine Case Studies oder ich zähle meine Referenzen auf. Bei den meisten Kunden ist das eh, die meisten Leute sind so brandsüchtig, das heißt, ich muss eh nur, ich sage bla bla, ich mache das und das, zahle meine Kunden auf, das ist schon der ganze Content, den ich brauche. Also, wie ich es mache, das ist mein persönlicher Geschmack, das muss keiner so machen, ich mache mir immer Notizen mit Evernote, einfach im Alltag, wenn mir etwas einfällt. Das heißt, manche Leute machen das auf Zetteln und so weiter, weil man meistens bei den komischen Sachen fallen auf einmal ein, boah, das wäre perfekt, wieso haben wir das nicht? dass sie, zum Beispiel, was mir jetzt einfach so einfällt, ich kann zum Beispiel schreiben, einen Artikel über, wie viel Austria.info SEO-Potenzial vergeudet und was ich machen würde als SEO-Agentur, wenn ich Austria.info betreuen würde, also das ist Tourismusverband Österreich. Extrem guter Content, aber es werde ich jetzt nachher wieder vergessen haben, das heißt, jetzt würde ich mir es in Evernote aufschreiben, Brainstorming, da gibt es einen extrem guten Blogartikel eh von Gary auf unserer Seite, einfach klassisch mit visualisieren, Themen und so weiter, Assoziationen, ganz klassisch, ich brauche kaum Brainstorming, hoffentlich beibringen. Konkurrenzanalyse, das ist etwas, was ich bei jedem Kunden eigentlich als erstes mache, ich schaue mir an, was hat die Konkurrenz eigentlich bisher Content-Marketing-mäßig gemacht und für was haben sie die meisten Backlinks, Rankings und Shares, also die meisten Backlinks, die besten Rankings und meisten Shares gekriegt, weil das sagt mir, was die Zielgruppe sehen will und hören will. Das heißt, ich schreibe natürlich noch nicht den gleichen Artikel und verkaufe den, als wir, oh, ich war der Erste, der das geschrieben hat, sondern überlege mir, welchen einzigartigen Input habe oder welches einzigartige Wissen habe oder welchen einzigartigen Twist kann ich dem Ganzen geben und ich schaue einfach, dass ich sein Content nehme und den besser nochmal publiziere und wenn ich dann richtig unfair und richtig dreckig spiele, so wie ich es am liebsten mache, schaue ich mir an, wer seine Inhalte verlinkt und dann sage ich, boah, ja, der Artikel ist schon gut, aber bei so und so ist der Artikel, der ist viel besser, vielleicht sollte ich die verlinken statt ihn da. Das heißt, ich mache nicht nur, dass ich Linkaufbau mache, sondern ich mache auch bei der Konkurrenz Linkaufbau. Ja, Google Trends sollte man bei seiner Nische immer im Auge haben. Das heißt, was sind neue Sachen, was gerade Ausreißer sind, so heißt das nämlich bei Google Trends, ist eh ganz leicht. Jetzt zum Beispiel bei SEO ist gerade am 23. dann ist es Google Penguin Update rausgekommen. Logischerweise ist das der Ausreißer, das heißt, ich muss jetzt leider die Woche noch einen Artikel über Google Penguin schreiben, einfach, damit ich den Traffic mitnehme. Und natürlich, das kennen wir vom letzten Mal über Suggest, kann man einfach googeln, dann sieht man schon, was es ist. Das scrapt gewissermaßen Google News, YouTube, Google Suche, Google Suche, die andere Leute suchten auch nach, bla 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 bla, und da kriege ich tausend Themen, die, was ich wahrscheinlich in den meisten Nischen eh nie alle, wo ich Content schreiben kann. Wichtig ist, wir haben jetzt eine riesige Wolke mit Ideen, tausend Ideen und jetzt sollten wir uns überlegen, was gute Ideen sind, kurz vorweg, die oben genannten Kriterien müssen natürlich nicht immer eingehalten werden, weil wenn ich einfach eine Landingpage mache, zu meiner Leistung, dann werde ich nicht irgendwas wahrlich Einzigartiges in den meisten Fällen haben. Das heißt, einfach mit Hausverstand. Was wahrlich Einzigartiges ist, zum Beispiel ein Case Study zu einem Kunden, den ich ja nur habe, und einmaliger Ablauf und so weiter, das ist wahrlich einzigartig. Mit einzigartig meine ich nicht einzigartiger Inhalt, sodass ich von der Konkurrenz sage zu meiner Texte hey, schreiben wir über das, was die da geschrieben haben, den Text, aber schreibt es einfach anders. Mit einzigartig meine ich, so etwas gibt es noch nicht. Einzigartig hilfreich. Wirklich wertvoll, wertvoll natürlich für die Zielgruppe, weil wertvoll ist sonst sehr relativ. Es muss relevant zur Zielgruppe sein, weil ich kann zwar die ersten zwei Sachen schon erfüllen, aber es muss auch relevant sein zur Zielgruppe und zu meinen Zielen. Das heißt, ich will die Leute irgendwo hinführen. Entweder mein Ziel ist, dass sie mich besser kennenlernen oder mein Ziel ist, dass sie mich noch lieber mögen oder mein Ziel ist, dass ich ihnen irgendwas verkaufe. Hilfreich für die Zielgruppe, haben wir es eh schon gesagt. Und was extrem wichtig ist und was eigentlich 100% falsch gemacht wird, ist leicht konsumierbar. Das heißt, außer, ich bin in irgendeiner Wissenschaftlernische und denen ist es komplett wurscht, wenn da irgendwie überall Zitate sind und das sind einfach 8000 Wörter Text und keine Zwischenüberschriften und weil es bei einem so gebraucht ist, so will ich es natürlich nicht haben. Ich will, dass das möglichst kurze Absätze sein, Online-Content, kurze Absätze. Ich mache nie einen Absatz, der länger ist, als wir fünf Zeilen. Das liest kein Mensch. Viele Zwischenüberschriften, Inhaltsverzeichnisse, Bilder, interaktive Sachen. Vielleicht, wenn es ein extrem langer Artikel ist, mache ich ein Video dazu, wo ich es zusammenfasse. Am Anfang vom Artikel sage ich schon einmal, was da ungefähr drinsteht. Am Ende mache ich ein Fazit, damit die Leute möglichst nur skimmen müssen. Das heißt, nur das Wichtigste auszusuchen für sich und dann bam. Ich will nicht, dass jemand einen verdammten Fließtext lesen muss und glücklicherweise im letzten Satz steht das, was er lesen will. weil damit mache ich mir keine Freunde, sondern damit mache ich mir Leute, die mich hassen. So wie zum Beispiel Otto Kringer, wo sie mir 10.000 Mal das Video von der Werbung zahlen kann bei YouTube, weil jede fünf Sekunden Otto Kringer hat etwas Neues rausgebracht. Das will ich nicht. Ich will mir ja Freunde machen. Das heißt, alles leicht konsumierbar machen. Nicht nervig sein. Und dann, je nachdem, was man für Inhalte produziert, bei einer Landingpage ist es nicht so, Shareability beziehungsweise Gründe zum Teilen. Weil niemand teilt einen Beitrag, weil er einfach cool ist, sondern Leute teilen einen Beitrag zum Beispiel mit ihren Freunden, weil sie dann zum Beispiel intelligent ausschauen. Oder weil sie lustig dann ausschauen. Oder weil sie sophisticated ausschauen. Niemand teilt irgendwas, weil er, oder er mag die Marke echt so extrem gerne. Sicher, du hast irgendwelche Leute, was die einfach gerne mögen und die wollen da weiterhelfen. Aber das ist im Promille-Bereich. Die meisten Leute teilen etwas, um selber besser dazustehen. Weil wie so teilen Leute lustige Videos. Das ist jetzt nicht unbedingt, weil es geht ja darum, dass sie gewissermaßen von ihren eigenen Freunden mehr gemacht werden, weil sie lustig sein und lustige Sachen finden. Das heißt, man überlegt sich vorher beim jewellen Content, wie mache ich es so oder wie schreibe ich es so, dass das auch geteilt wird. Nicht jeder Content muss geteilt werden, aber bestimmte Inhalte, wo das der Fokus ist, überlege ich mir vorher, was sind die Gründe von meiner Zielgruppe, dass sie das mit anderen teilen. Und Shareability ist auch wichtig für SEO, weil Content, der was geteilt wird, hat mehr Exposure. Das heißt, mehr Exposure hast du wahrscheinlich eine bessere Chance, dass ich Links kriege, bessere Nutzerdaten und das sind alle die Sachen, die ich besser ranken kann. Ja, das habe ich selber lernen müssen bei der Content-Produktion, du brauchst einen Content-Kalender, weil sonst funktioniert es nicht. Also sogar, egal wie klein oder wie groß du bist, du brauchst einen Content-Kalender, wo wirklich reinsteht, an den und den Tag wird das publiziert und dann ist das fertig und so weiter, weil sonst passiert, gar nichts. Vor allem, ich sehe das ja bei meinen Kunden, die sind genau motiviert für den ersten Monat, sind sie extrem motiviert. Na, Alex, wir schreiben die Blogartikel alles selbe, kein Problem. Nein, nein, meine Assistentin, du hast genug Zeit und so weiter. Ja. Nein. Deswegen gibt es bei uns einfach einen Content-Kalender, wenn es nicht eingehalten wird, gibt es einfach Strafen. Das heißt, dass wir die Arbeit dann einfach nicht machen, wenn der Termin nicht eingehalten wird und wir trotzdem die gleiche Summe zahlen, ist, dann fangen die Leute, dann sind sie auf einmal extrem motiviert. Aber auch, wenn man das für sich selber macht, unbedingt einen Content-Kalender machen. Extrem detaillierte Redaktionspläne, je weiter man weg ist, also, wenn ich Content selber schreibe, dann kann ich natürlich einen Redaktionsplan machen, der was relativ, da muss ich alles rein schreiben. Wenn ich aber einen Redaktionsplan für einen anderen mache, der muss das schreiben, dann suche ich einem schon aus der Quellen von dem ungefähr, was ich haben will, schreibe ich genau ein, was ich da haben will, ich schreibe genau ein, was das Deal ist, ich gebe ihm meine Brand-Guidelines, dann gebe ich ihm alle Details und so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er mir Fragen stellt, minimal ist, weil, ich will ja das nicht, das ist ja nicht meine Arbeit. Ich will ja nicht mit dem ganzen Tag, vielleicht ist es meine Arbeit, aber bei euch jetzt, wenn du es jetzt nicht hauptberuflich machst, ist es nicht deine Arbeit. Das heißt, du mögest den itaillierten Redaktionsplan, damit du nie wieder von ihnen hörst und damit du das gewissermaßen, damit Texte auch austauschbar sind. Wichtig bei der Content-Produktion, und immer Quellen nennen, das ist natürlich im SEO-Bereich, tun es die Leute extrem ungern, weil natürlich, oh mein Gott, aber dann verlinke ich den und der kann theoretisch meine Konkurrenz sein, und so weiter. Nein, immer Quellen nennen, Quellen macht aus, dass du seriös bist, wie so ist Wikipedia seriös, die Inhalte sind Schrott, aber Quellen werden genannt, also die Inhalte müssen passen. Und so sollte man es selber auch machen. Plus, Beziehungen aufbauen, wenn du Leute verlinkst und die sind ein bisschen sophisticated im Internet und sind schon länger Webmaster, dann kriegen sie entweder Traffic über deine Website, sehen sie in Google Analytics und sagen, mach voll cool, der hat mich verlinkt, kriegst du eine E-Mail, boah, danke, dass du mich verlinkt hast, das ist voll cool, ja, sonst würde es mich interessieren, ob du, willst du mal bei mir was schreiben und so weiter. Warum habe ich eine Beziehung aufgebaut, weil ich meine Quellen genannt habe und ich verliere nichts durch meine Quellen. Was verliere ich durch meine Quellen? Der Link-Juice in meiner Website, der fließt ja nicht raus, sondern wenn ich einen No-Follow-Link mache, dann ist der Link-Juice für immer weg, wenn ich einen normalen externen Link mache, dann fließt der Juice zwar raus, aber das Internet ist ein Netz, das heißt, das ist ja ein Fluss, nur wenn ich es abschneide, ist es dumm oder wenn ich nichts mache. Sicher, dann habe ich ein bisschen mehr internen Juice, aber es ist relativ, weil, großer Ranking-Faktor bei Google ist, dass ich eine Hub wäre, das heißt, ich bin die Autorität und die verlinke die anderen. Ich bin gewissermaßen, ich bin der King und die anderen sind halt, die haben auch coole Informationen und die verlinkte, ist auch ein Ranking-Faktor. Jetzt hast du nicht nur Links, die was aufmitsagen, ist ein Ranking-Faktor, sondern auch, wenn ich gute Seiten verlinke, meine Quellen verlinke, ist ein Ranking-Faktor. Und, ja, eben, für mich ist wichtig, ist eigentlich Vertrauen, aus meiner Sicht, weil es ist super unseriös, wenn ich einen Blogartikel schreibe, über irgendein komplexes Thema und ich schreibe irgendwas Komplexes über SEO und ich tue einfach so, ja, ich habe das alles selber entdeckt und ich habe noch nie einen Blogartikel über SEO gelesen und ich weiss das einfach alles von mir selber aus. Es ist ja nicht so. Das heißt, das ist einfach auch unseriös. Wichtig, Content-Marketing lebt eben von Momentum. Das heißt, deswegen ist der Content-Kalender also wichtig, sechs Monate lang Content-Marketing und dann kein Content-Marketing mehr, dann hätte man es sich besser sparen können. Content-Marketing ist wie alles bei SEO, du machst es für immer oder wie es die Firma zuspart, aber auf jeden Fall. Dann, wir haben jetzt unsere Inhalte, wir haben Inhalte auf unserer Website, wir haben Inhalte schon produziert für externe Webseiten. Jetzt der Matt Katz zum Beispiel ist Head of Spam bei Google oder Ex-Head of Spam bei Google, der hat immer gesagt, ja, da brauchst du nur gute Inhalte schreiben und dann die Rankings passieren von selber und das läuft alles. Totaler Bullshit. If you build it, sehe ich jetzt eh, dann musst du es auch bewerben. Niemand wird auf deine Website kommen, egal wie gut deine Inhalte sind, wenn du sie nicht informierst, dass die Inhalte dort sind oder wenn du sogar ein bisschen aggressiver bist und sagst, hey, wenn ich am Anfang unbekannt bin, dann gehe ich zu irgendeinem Blogger hin, der war so ein bisschen mein Influencer und dann sage, hey, ich habe das geschrieben und ich konnte dir 500 Euro geben oder ich konnte dir mein Produkt zum Testen geben oder bla 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 bla. Wenn du mich auf deiner Seite sharest oder wenn du mich auf Facebook sharest oder wenn du mich verlinkst oder was, so, 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 so. Man darf nicht Angst haben, auch SEO, wenn du einen Linkkauf voll verboten hast, ohne Linkkauf geht es nicht. Weil, wenn du auch niemand bist, ist es extrem schwierig reinkommen. Und auch, wenn du schon bekannter bist in manchen Nischen, musst du Geld in die Hand nehmen, weil einfach, sagen wir mal, du machst irgendwas im Immobilienmarkt, die werden sicher auf die verlinken, wenn sie wissen, dass sie auch 600 Euro für die Erwähnung kassieren konnten. Das passiert einfach nicht. Und da muss man realistisch sein und man muss auch realistisch sein, dass das die anderen auch machen. Es bringt nichts, wenn du der Einzige bist, der, ich bin der beste Whitehead-CEO auf der Welt und ich halte mich an die Google Guidelines. So wird es nicht laufen, weil die anderen halten sich auch nicht an die Guidelines und es ist immer relativ, oder? Natürlich, wenn ich extrem Spam und voll auffall, dann wird es mich erwischen. Aber wenn ich so im grauen Bereich hantiere, ist alles in Ordnung. Unbedingt machen. Ja, das ist dann klassisch Gastartikel-Outreach, was ich geredet habe. Influencer-Marketing ist ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen mehr Kunst. Da kann man einen eigenen Meetup drüber machen. Das heißt, wie schreibe ich Leute an, die etwas ein bisschen wichtiger schon sein in der Branche. Blogkommentare, überraschenderweise, funktionieren in vielen Nischen extrem gut. Das heißt, nicht, dass ich tausend Blogkommentare schreibe und das sind alles Links und jetzt ranke ich besser, sondern das heißt, ich suche mir passende Themen raus, den Content, was ich auf meiner Seite habe und kommentiere bei den Themen, sage wirklich, was Interessantes, was einen Mehrwert gibt und dann erwähne ich vielleicht mein eigenes. Funktioniert überraschend gut. Rankings, logischerweise, wenn ich schaffe, durch Manipulation besser zu ranken, gibt es mein Content Exposure. Mache ich extrem gern. Und natürlich Social Advertising, weil es einfach nichts kostet. Das heißt, ein bisschen Facebook Werbung schalten oder meine Zielgruppe ist bei Twitter, ein bisschen Twitter Werbung schalten. Und kurz noch als letztes Schmankerl, weil die Zeit läuft nicht sehr davon. Was ich extrem effektiv finde für neue Projekte, weil es sind sicher auch viele dabei, die was Neues machen, ist Barnacle SEO oder ein bisschen negativer Parasite SEO. Das heißt, ich habe eine neue Seite, keine Sichtbarkeit, ich bin auch niemand. Was ich dann mache, ist, dass ich schon starke Leute, äh, starke, starke Leute, starke Seiten, starke Portale, starke Blogs mir anschaue, schaue, ob ich dort irgendeine Profilseite machen kann, klassischerweise bei Hotels, oder ob ich dort ein Gastartikel publizieren kann, und so weiter. Bam. Und wenn ich zum Beispiel einen Gastartikel publiziere, dann baue ich Links auf den Gastartikel, damit ich den Gastartikel rank, weil meine Seite rankt nicht. Die ist null, die rankt erst in sechs Monaten. Aber der Gastartikel auf der Seite mit viel Autorität, der wird ranken. Boom, rank ich den Gastartikel, auch gern mit Spam oder mit schlechten Links. Und so kann ich profitieren von dem Traffic.de, wenn ich über den Gastartikel kriege. Weißt du, was wir zum Beispiel gemacht haben, das ist jetzt auf Kamera, ist nicht so gut, aber ist es wurscht, war bei der alten Aachensee, Tourismusverband, Website. Da gibt es Profilseiten für Hotels. Und wir haben es einfach gemacht, Aachensee hat natürlich für Hotel Aachensee logischerweise Nummer 1 gerankt, der Tourismusverband. Und was wir gemacht haben, wir haben die Profilseite vom Hotel genommen, die mit uns links gefüllt, bam, voll viel links drauf. Boom, auf einmal hat unser Hotel Nummer 1 gerankt für Hotel Aachensee, aber halt die Profilseite, aber da ist wirklich direkt ein Buchen-Button. Das heißt, Leute kommen auf der Tourismusverbandseite, sie kommen nicht auf die Startseite oder die Hotelübersicht, bam, sie kommen sofort auf unser Hotel. Boom. Und da kriegst du extrem viel Traffic. Du tust vorher null Traffic, auf einmal hast du 400 Besucher am Tag, weil du einfach den Traffic vom Tourismusverband klaust. Was der Tourismusverband dann gemacht hat, war, sie haben die Struktur komplett verändert, weil sie nicht checkt haben, was passiert ist. Dann ist alles explodiert, siehst du den Absturz, bam, und jetzt haben sie einen Relaunch gemacht. Jetzt ist Aachensee gekommen. Ich erwähne das Hotel nicht deswegen. Haha, ich bin anonym. Und das war's auch schon. Können wir noch gerne länger drüber reden, nachher ist es ganz lustig, die Geschichte. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es hat einen gefühlt Tag. Danke. Applaus Applaus Vielen Dank.